Hey Winterthur, Frauen, Männer, Alte, Junge, Linke, Rechte, Punks und Banker. Eine Krise ist auch eine Chance. Wir können einiges besser machen wie vorher. Global denken, lokal handeln zum Beispiel. Gehen bewusst in die lokalen Detailhandel einkaufen. Gehen bewusst auch Aufträge an die regionalen KMU. Billig ist nicht immer besser. Gibt es schon gar nicht geil. Für ein solidarisches Miteinander. Für ein starkes Winterthur. Zusammen packen wir's.